Hallo zusammen, Matthias hier von Fotografieren lernen. Einige haben sich beschwert, dass ich so ein klein bisschen shaky unterwegs bin. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich upgrade einfach mal auf eine Ziel 200 mit einem Gimbel mittendran. Okay, ich glaube, ich muss es doch lassen. Es ist viel zu schwer, um da zu viel. Wie mache ich da? Press the red button, dann geht's. Red button! Okay, Spaß beiseite. Ich habe mir gedacht, zu Weihnachten, zu Nikolaus, heute ist Nikolaus, könnte man so eine Aktion machen, wo man nicht irgendwas verlost, wo nur einer was von hat oder irgendwas verschenkt, wo nur ein paar was von haben oder wo so ein bisschen was mit dabei ist, sondern ich will euch was geben, was richtig genial ist und wo ihr sehr, sehr viel von haben könnt. Denn es ist so, ich habe eine Aktion geplant, bei der ich Fotografieren lernen Unlimited launchen möchte. Fotografieren lernen Unlimited soll eine Plattform sein, die all meine Videokurse präsentiert. All meine Videokurse, die euch die Möglichkeit geben, euch weiterzubilden, egal wo ihr wollt. Portrait, Fotografie, Fotografieren auf Reisen ist auch ein Videokurs, der mit dabei ist. Ich habe Photoshop, ich habe Lightroom, ich habe jede Menge Zeug für euch. Und das Ganze soll ein Festpreis sein, für den ihr alle Videokurse bekommt. Und dieser Festpreis, Test, 10 Euro. Für 10 Euro bekommt ihr alle Videokurse und könnt euch so viel anschauen, wie ihr möchtet. Also nicht irgendwie limitiert, nicht in irgendeiner Art und Weise, dass ihr sagt, das geht nur für 10 Tage oder sowas in die Richtung. Ihr könnt so lange gucken, wie ihr wollt. Und diese Geschichte soll noch weitergehen. Denn so eine Weihnachtsaktion, die ist zwar schon ganz cool, aber meine letzte Weihnachtsaktion, die ist immer noch online. Mein Fotografie-1-Basic-Videokurs, den gibt es immer noch, weil sich immer noch Leute für interessieren. Und weil das immer noch ein Thema ist, das richtig genial ist, weil ständig fangen neue Leute an zu fotografieren. Man kriegt eine Kamera zu Weihnachten, man kriegt, ich weiß nicht, man entdeckt dieses Hobby oder diese Leidenschaft einfach für die Fotografie. Und das finde ich richtig cool. Und ich möchte das mit euch teilen, möchte euch die Möglichkeit geben, hier besser zu werden. Und besser wird man, indem man ständig was Neues lernt. Und deswegen ist das das zweite coole Feature von Fotografieren Lernen Unlimited, dass ständig neue Videokurse hinzukommen. Ich habe was geplant, ich habe einen Leiterung-Kurs, der aktuell in Produktion ist, der eigentlich diesen Monat noch rauskommen soll. Wahrscheinlich erst nach Weihnachten. Und wenn du bei Fotografieren Lernen Unlimited mit dabei bist, dann kriegst du diesen Kurs einfach automatisch, ohne Aufpreis. Er erscheint einfach, du kriegst eine E-Mail-Benachrichtigung, hey, es gibt einen neuen Kurs, du kannst ihn dir direkt anschauen. Und das ist richtig genial. Und wie das aussieht und wie das funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Und zwar funktioniert das relativ einfach. Ich habe hier einen Kurzlink erstellt, der heißt flern.eu slash Abo. Und mit der Möglichkeit könnt ihr einfach unsere Seite hier aufrufen. flern.eu slash Abo. Und wenn ihr dann ein Teil unserer Fotografieren Lernen Unlimited Community seid, dann könnt ihr einfach auf Konto klicken. meldet euch einfach mit den Zugangsdaten an, die ihr von uns per E-Mail geschickt bekommen habt. Einmal anmelden und ihr kriegt Zugriff auf alle Videokurse. Das heißt, der neue Photoshop-Kurs, ich gehe einfach mal drauf, ich kriege all meine Lektionen angezeigt und sage so, hey, was ist denn die Gradationskurve? Ich kann drauf gehen, ich kriege mein Video angezeigt, kann mir das Video anschauen, ich kann die PSD-Datei runterladen, die dazu passt. Ich kann alles lernen, was ich möchte. Neue Videokurse, die dazukommen, kommen automatisch in den Mitgliederbereich mit dazu. Ihr habt einen durchgehenden Support persönlich von mir, ihr könnt mir jederzeit eine E-Mail schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und ich bin der Meinung, dass das ein Projekt ist, das einfach nur genial ist. Das ist ein Angebot, das ich glaube auf dem deutschen Markt gibt es sowas überhaupt gar nicht. Und deswegen freue ich mich mega, dass dieses Projekt möglich war, dass ich auf diese Art und Weise unterrichten kann und euch die Fotografie sehr einfach näher bringen konnte. Schaut vorbei, schaut euch diese Plattform an. Ich bin mittlerweile dabei, sehr, sehr viele weitere Videokurse hier auf die Plattform mit drauf zu bringen. Sowohl auf meine Videokurs EU-Plattform, wo ich die Videokurse ja direkt verkaufe. Das wird es weiterhin geben, als auch meine Abo-Variante, in der ihr ja eigentlich für einen Festpreis alle Videokurse anschauen könnt, die ihr möchtet. Bevor ihr euch jetzt fragt, warum sollte ich denn die Möglichkeit bieten, Videokurse zu kaufen, wenn es doch mit dieser Unlimited-Variante viel einfacher ist. Nun ja, das Ganze hier funktioniert zwar auch mobil, also man kann es auch auf dem Smartphone anschauen, doch ich werde definitiv nicht alle Videokurse hier mit reinnehmen können. Liegt einfach daran, dass nicht jeder Kooperationspartner mit dieser Produktvariante einverstanden ist, beziehungsweise auch manche Leute einfach keine Lust haben, das auf die Art und Weise anzubieten. Es wird auf jeden Fall in nächster Zeit, jeden Monat, jede Menge neuer Content auf diese Plattform mit drauf kommen. Content, den es nicht auf YouTube zu sehen gibt, Content, den es vielleicht auf Videokurse EU gibt zum direkten Verkauf, aber ich bin mir hier noch nicht ganz so sicher. Ich will auf jeden Fall transparent sein, was das angeht. Das heißt, ihr werdet direkt informiert, sollte es hier einen neuen Videokurs geben. Wir haben aktuell 37 Stunden Material auf der Plattform und das wird in den nächsten Monaten deutlich nach oben gehen. Das Einzige, was sich dabei nicht ändern wird, ist der Preis. Also ich freue mich, dass ich so eine coole Weihnachtsaktion für euch machen konnte und wünsche euch viel Spaß beim Lernen mit meinen Videokursen. Wir sehen uns entweder im nächsten Video hier auf YouTube auf fotografieren-lernen.eu für noch mehr Tutorials oder vielleicht auf fotografieren-lernen Unlimited mit jeder Menge Videokurse. Ich bereche, ich mich noch nicht an, was das hier ist. Und dann geht es gut. Ich nehme es gut. Und dann mache ich jetzt gut. Und dann machen wir das mal über die P angeht構.